Ah! Oh Mann! Scheiße! So ein Dreck, ey! Ich hab doch gewusst, dass das alles nichts gibt! Ab republicanen Schatz, Cory! Oh Mann! Yes! Ah! 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 Wie das hier aussieht. Heute ist Sonntag und ich darf mich jetzt gleich um den Mist hier kümmern. So ein Dreck. Also ich glaube, gebrochen ist nichts. Aber ich kann halt überhaupt nicht auftreten und ich hüpf durch die Gegend wie so eine Einbeinige. Ich hüpf durch die Gegend wie eine Einbeinige. Ich hüpf durch die Gegend wie eine Einbeinige. Oh mein Why? Oh mein Gott. Oft ist mein Zwiebel. Geert gut. Jetzt muss ich ja. Schlecht gut. Jetzt muss ich es rein. Schlecht gut. Schlecht gut. Schlecht gut. Schlecht gut. Schlecht gut. Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Ah, mein Bein! Aua! Oh Mann! Scheiße! Ich hatte mir doch nur den Fuß verstaucht. Was für ein Scheißtag! Ich hätte einfach heute Morgen im Bett bleiben sollen. Dann wäre das alles nicht passiert. Was ist denn eigentlich los? Warum ist mein Bein weg? Ich muss ja auch noch putzen. Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Was ist das eigentlich für ein Scheißding? Weiß auch keiner, was das soll. Na, es gab nichts Besonderes. Holst du mich dann ab? Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Boah, was für ein Traum. Ist ja weg. Nö, es gab nichts Besonderes. Holst du mich dann ab? Okay, bis gleich. Tschau. Ja, sag mal, habe ich dich eben angerufen und hast du mich abgeholt, als ich geputzt habe? Ich habe mir doch bloß den Knöchel verstaucht. Ja, ich nochmal. Gut, dass ich dich nochmal erreiche. Du, sag mal, ich bin gerade echt ein bisschen baff. Wie habe ich denn eigentlich mein Bein verloren? Ich kann mich echt an überhaupt nichts erinnern und habe total den Filmriss. Bein gebrochen? Von einer Leiter gefallen? Was für eine Leiter? Was ist das? Ja, ich kann mich nicht mehr ver tomben. Ich kann mich nicht mehr übernehmen. Bis dahin. Was ist das? Oh! 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 ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Mein Bein! Aua! Komplikationen bei der OP. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was los ist. Ich hab mir doch bloß den Knöchel verstaucht. Aua! Was hab ich denn da schon wieder gemacht, ey? Das lieber sein lassen sollen. Ich hüpf' durch die Gegend wie eine Einbeinige. Ich hüpf' durch die Gegend wie eine Einbeinige. Aua! Es ist wirklich weg. Ich glaub das einfach nicht. Wie kann das denn alles passiert sein? Aber es ist tatsächlich weg. Ja, sag mal, ähm, mir ist mal noch was eingefallen, als ich da von der Leiter gefallen bin, ne? Wie habt ihr mich denn dann eigentlich gefunden? Ich weiß echt überhaupt nichts mehr. Ah ja. Ja. Ah! 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 Oh Mann! Ich komme hier nicht raus! Hilfe! Zwei Tage lag ich da, oder was? Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Was war das denn? Boah! Was träume ich denn für verrücktes Zeug? Geheime Wünsche, oder was? Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Ich hüpfe durch die Gegend wie eine Einbeinige. Was ist denn das jetzt? Ist ja weg! Ich dachte, ich hätte das geträumt. Ah! 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 Was? Frau Sabine! Also so, weißt du, du hast gar keine Lust und überhaupt sieht das so scheiße aus. Aber irgendeiner muss es halt... Ah! Ah! Da kann ich mich gut hineinversetzen. Irgendeiner muss es halt machen, nicht? Aua! Mann! Wunderbar! Ich bin aus Blüten ausgefahren. Oh! Sehr schön! Ja! Das kann ich auch gut! Heute Nacht, ey! Mein Gott! Ich halte immer alle Leute wachen. Okay, also ich fall wirklich auf dich zu, ja? Ja, ja, ja. Du kannst nicht. Ich bin jetzt ein bisschen bei Bewegung. Ich fall mit dem Kuckler in den Stuhl, okay? Ich bin jetzt ein bisschen bei Bewegung. Ich fall mit dem Kuckler in den Stuhl, okay? Ja, aber ich glaube ich nicht. Ja, der sieht auch, ne? Hochwertiges Material, okay? Okay. Okay. Bitte. Gut.